Die Aufnahmen entstanden bei Aosane und der Insel Moon. Wir befinden uns am Strand von Aosane. Hier ist das Schnorcheln recht einfach. Die meisten Aufnahmen wurden mit der Olympus TG5 gemacht. Eine Seenadel, wahrscheinlich eine gebänderte. Die Fische essen die Qualen. Die Böden sind in der Nähe von Aosane. Die Fische haben eine Verbindung. 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 Falterfische Ein Schachbrettjunker Ein Schachbrettjunker Leider gibt es auch solche Idioten. Kein Wunder, dass die Fische die Flucht ergreifen. Ein Orangestreifen Drückerfisch Nochmal eine Seenadel Das ist ein Schachbrettjunker Unfall Ein Schachbrettjunker Ein Schachbrettjunker Die Halsbandfalterfische sind wenig scheu. Papageienfische sieht man vereinzelt. Ein Java-Kaninchenfisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 An diesem Tag war das Meer voller Quallen. Zwei Tage später habe ich keine Quallen mehr gesehen. Wahrscheinlich reisen die mit der Strömung. Blaustreifen Doktorfische gibt es jede Menge. Die Halsbandfisch sind wenigstens. Die Halsbandfisch sind wenigstens. Sträflingsdoktorfische. Ein Kofferfisch. Halfterfische Halfterfische sieht man häufig. Halfterfische 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 Halfterfische